Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum Thema Microsoft Azure Cloud Architect. Microsoft hat vor ein paar Wochen angekündigt, dass der standardmässige ausgehende Datenverkehr von einer virtuellen Maschine direkt ins Internet eingestellt wird. Das heisst also, wenn wir jetzt beispielsweise eine virtuelle Maschine bereitstellen, und zwar ohne öffentliche IP-Adresse, dann kann diese Maschine im Moment mit dem Internet kommunizieren. Beispielsweise die neuesten Windows-Updates beziehen. Oder eine Linux-Maschine kann die Repositoris kontaktieren. Das ist im Moment noch möglich. Ab dem 30. September 2025 ist das nicht mehr möglich. Das heisst, wir müssen uns selber um eine entsprechende Lösung kümmern. Jetzt könnte man meinen, ja 30. September 2025 ist noch weit weg. Ja, das stimmt, aber trotzdem sollte man sich jetzt schon Gedanken machen, weil es kann sein, dass bei einigen Infrastrukturen die Architektur doch etwas angepasst werden muss. Aber wissen Sie was? Lassen Sie uns gemeinsam ein Beispiel anschauen. Ich habe einen Artikel vorbereitet aus dem Dokumentationsportal von Microsoft. Hier geht es darum, wie beispielsweise ein Load Balancer bereitgestellt werden kann. Es geht aber nicht direkt um einen Load Balancer, sondern es geht um diese Architektur hier. Und dieses Bild habe ich in einem neuen Register geöffnet, damit wir es gemeinsam anschauen können. Hier wird genau beschrieben, um was es geht, wenn wir uns darüber unterhalten müssen, dass wir selber für die ausgehende Kommunikation zuständig sind. Das heisst, wir müssen diese Verantwortung übernehmen. Schauen Sie folgendes Beispiel an. Wir haben hier einen Load Balancer, einen Azure Load Balancer und ein sogenanntes Backend. Im Backend sind diese beiden VMs hier. Der Zugriff erfolgt über die öffentliche IP-Adresse von diesem Load Balancer. Der Load Balancer verteilt dann die Last, wie es der Name sagt, in das Backend. Über Port 80 ist jetzt hier die Kommunikation. Das ist in Ordnung. Also einmal wird vielleicht die Verbindung zu diesem Backend aufgebaut und dann bei einer nächsten Anfrage zu diesem Backend. Jetzt ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass die Antwort, die zurückgeht zur eigentlichen Quelle, also hier, stellen wir uns vor, da hat eine Person diese Verbindung aufgebaut zum Load Balancer, zum Backend bis zu dieser VM hier. Die Kommunikation, die geht selbstverständlich wieder über den Load Balancer zurück, obwohl hier ein sogenannter Net Gateway im Einsatz ist. Also wir müssen schauen, dass wir kein sogenanntes asynchrones Routing generieren. Das heisst, wenn ich die Anfrage von hier aus starte und es geht zum Backend, dann kommuniziert das Backend dann nicht ausgehend über diesen Net Gateway hier und dann schlussendlich in diese Richtung. Das wäre ein asynchrones Routing. Das heisst, die Anfrage wurde von hier gestartet, also geht sie auch wieder zurück über den Load Balancer. Dafür trägt das Azure Portal Sorge, dass genau das so umgesetzt wird, dass kein asynchrones Routing gemacht wird. Aber wozu brauchen wir denn diesen Net Gateway? Ja, schauen Sie mal, da sind zwei virtuelle Systeme, also eigentlich sind es drei, da gibt es noch eine Art Jumpbox, die wir über den Bastion, über den Azure Bastion Dienst erreichen können, aber der spielt jetzt einmal keine Rolle. Wir haben hier diese beiden VMs und egal, ob es jetzt Linux-Systeme sind oder Windows-Systeme, diese Systeme brauchen Updates. Beispielsweise Windows-Updates oder Linux-Systeme müssen auch aktualisiert werden, das heisst, die Linux-Systeme kontaktieren Repositories. Diese Kommunikation, die findet in diese Richtung statt, über den sogenannten Net Gateway und in diese Richtung geht es hinaus zu den Updates und diese Kommunikation kommt dann auch auf die gleiche Art und Weise wieder zurück, damit die Systeme aktualisiert werden können. Und genau für diese Kommunikation, für diese ausgehende Kommunikation, das müssen wir organisieren ab dem 30.09.2025. Bis jetzt mussten wir uns dazu keine Gedanken machen, weil diese standardmässige ausgehende Kommunikation für virtuelle Systeme, das wurde von Azure erledigt. Azure hat das für uns gemacht, dass wir direkt hier, auch ohne öffentliche IP-Adresse, direkt ins sogenannte www kommunizieren konnten. Aber eben ab diesem Datum müssen wir das selber organisieren. Darum ist es wichtig, dass Sie die bestehende Infrastruktur, die jetzt bei Ihnen im Einsatz ist, dass Sie diese untersuchen. Dass Sie genau die Architektur anschauen, damit Sie wissen, okay, soll ich jetzt einen Net Gateway einrichten oder vielleicht eine sogenannte Azure Firewall oder ein Application Gateway. Das sind alles Gedanken, die sollte man sich jetzt machen. Ja, 2025 ist im Moment noch weit weg, aber Sie wissen selber, wie es ist. Ein Projekt hier, ein Projekt da und plötzlich ist 2025. Also, meine Einladung ist, schauen Sie sich jetzt schon die Architektur an, damit Sie entsprechend den Umbau oder die Neugestaltung Ihrer Infrastruktur bereits jetzt schon planen können. Ich habe diese Topologie in einer ähnlichen Art und Weise in Azure bereitgestellt, damit wir genau sehen können, um was es geht. Ich habe einen Load Balancer bereitgestellt und einen Net Gateway, damit ich Ihnen die Kommunikation zeigen kann. Zuerst einmal navigieren wir hier zurück und ich bin im Azure Portal und ich habe eine Bestien-Session gestartet zum System MyVM2. Aber zuerst einmal schauen wir uns ein wenig um. Ich navigiere zu den Resource Groups, dann habe ich hier eine Ressourcengruppe bereitgestellt. Da haben wir den Load Balancer und jetzt kopiere ich mir die öffentliche IP-Adresse von diesem Load Balancer in die Zwischenablage. Dann öffnen wir ein neues Register und ich füge das Ganze ein, drücke die Enter-Taste und wir sehen, wir sind auf MyVM2. Ein Refresh, vielleicht finden wir noch den Weg zu MyVM1, aber das ist in Ordnung. Der Load Balancer funktioniert, er hat mich zum Backend durchgereicht. Das ist soweit in Ordnung. Jetzt aber, wenn wir uns mit dem System MyVM2 verbinden, was ist die standardmässig ausgehende Kommunikation von VM2? Oder anders gesagt, was verwendet VM2 für die ausgehende Verbindung? Was ist dort die entsprechende Absender-IP-Adresse? Ist es diese Adresse hier oder ist es die Adresse von unserem NetGateway? Ich habe den NetGateway bereitgestellt. Schauen wir uns die öffentliche IP-Adresse von diesem NetGateway an. Wir merken uns am Schluss 155 oder 20.01.2.25.155. Jetzt navigieren wir zu unserem System MyVM2. Da habe ich eben diese Azure Bastion Session gestartet. Und ich habe auf diesem System, hier ist noch der Internet Explorer vorhanden. Okay, lassen wir das. Ich weiss, sollte man nicht mehr einsetzen. Aber ich habe die URL aufgerufen, ipchicken.com. Und schauen Sie mal, was VM2 als Absender-IP-Adresse verwendet für die ausgehende Kommunikation. 20.01.2.25.155. Also unseren sogenannten NetGateway. Das heisst, MyVM2 geht nicht einfach so über den Load Balancer. Nein, die Kommunikation über den Load Balancer wird nur dann gemacht, wenn die Kommunikation hier von ausgehend initiiert wurde. Die standardmässig ausgehende Kommunikation für MyVM2 wie auch für MyVM1 geht über den NetGateway. Dieses Beispiel wollte ich Ihnen noch unbedingt schnell zeigen. und hier ist mein Satz, mein Satz ausgehend가� access Hey. Becock von theaters Vilc dub gamlemier, von der advertisement nach